Die von RWE und E.ON angekündigte Transaktion macht RWE auf einen Schlag zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa und den USA. Zwei Portfolios vereinen sich, Kompetenz und Erfahrung werden gebündelt. Gemeinsam werden die Erneuerbaren stärker unter dem Dach von RWE. Und nicht nur das, der Konzern insgesamt wird stärker und zukunftsfähiger. Durch die Transaktion wird RWE zur Nummer 3 bei den erneuerbaren Energien in Europa und die Nummer 2 im Offshore-Windbereich. Ein bedeutender Schritt, der sicher Fragen aufwirft. Warum ist es sinnvoll, die beiden erneuerbaren Bereiche von E.ON und E.ON zu vereinen? Wie ergänzen sich die Portfolios von E.ON und E.ON? Welche Rolle spielt das kombinierte Erneuerbarengeschäft bei RWE? In den nächsten Minuten werden diese Fragen beantwortet. Wenn die erneuerbaren Bereiche von E.ON und E.ON zusammenwachsen, entsteht einer der führenden Akteure im Offshore-, Onshore-, Solar- und Batteriengeschäft in Europa, den USA und weiteren ausgewählten Wachstumsregionen. Mit schlagkräftiger Größe und finanzieller Handlungsfähigkeit. Zwei entscheidende Voraussetzungen, um erfolgreich sein zu können. Und wettbewerbsfähig vom ersten Tag an. Das geht nur mit kompetenten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mit denen, die schon heute Tag für Tag hervorragende Arbeit leisten. Und das nach einem geordneten Zeitplan. Sobald die zuständigen Behörden die regulatorischen Genehmigungen erteilt haben, wird ein erstes Closing erwartet. Etwa Mitte 2019. Dann wird E.ON Mehrheitsaktionär von E.ON. Und im Anschluss werden die erneuerbaren Geschäfte von E.ON und E.ON auf RWE übertragen. Die Zeit der neuen RWE beginnt. Ein Blick auf die Technologien, die E.ON und E.ON heute betreiben, und die Art und Weise, wie sie sich ergänzen, zeigt, Der wahre Wert der beiden Bereiche zusammengenommen ist deutlich höher als die Summe der erzeugten Gigawattstunden. Im Offshore-Windgeschäft wird RWE durch das zusammengefasste Portfolio aus den Kapazitäten von E.ON mit 1,4 Gigawatt und Energy mit 1,1 Gigawatt auf Anhieb zum zweitgrößten Wettbewerber weltweit. Hinzu kommen Projekte wie Triton Noel in Großbritannien und Cascasi in Deutschland. Für beide hat Energy gerade den Zuschlag erhalten. Weitere Projekte sind das E.ON-Projekt Arcona vor Rügen sowie die 50%-Beteiligung von Energy am Vorhaben Dublin Array in Irland. Sie alle zeigen die sehr guten Perspektiven in diesem Bereich. Im Onshore-Windgeschäft in den USA ist die Unternehmenspaarung nahezu ideal. E.ON ist mit einem operativen Portfolio von mehr als 3 Gigawatt bereits ein etablierter Player im US-Markt und verfügt über eine robuste Pipeline mit 5,9 Gigawatt. Die seitens Energy übernommene Pipeline, die einen Umfang von 2 Gigawatt hat, bildet hierzu eine sehr gute Ergänzung. Das ermöglicht, sich künftig regional breiter aufzustellen und in diesem wichtigen Markt weiter zu wachsen. Im EU-Onshore-Bereich sind E.ON und Energy ähnlich gut aufgestellt, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. E.ON verfügt unter anderem in Italien und Skandinavien über moderne Windkraftanlagen, Energy beispielsweise in Deutschland, den Niederlanden und auf der iberischen Halbinsel. In Polen und Großbritannien sind beide Unternehmen gleich stark. Die europäischen Märkte in einem Unternehmen zusammenzubringen und das Wissen über die jeweiligen Märkte zu kombinieren, das bietet eine hervorragende Ausgangsposition, um das Windkraftgeschäft in diesen Regionen weiter voranzutreiben. Das kombinierte operative Onshore-Portfolio von E.ON und Energy beträgt heute rund 3 Gigawatt. Hinzu kommt eine kombinierte Projektpipeline mit rund 3 Gigawatt. Im Solarbereich passt das Geschäft von E.ON in den USA perfekt zu den Entwicklungs-, Beschaffungs- und Baukompetenzen der Energy-Tochter Belectric. Belectric als Spezialistin für großflächige Solaranlagen ermöglicht weiteres Wachstum in diesem Sektor. Beispiele sind die Freiflächen-Solarentwicklungsprojekte Limondale und Hilsten in Australien mit einer Gesamtkapazität von über 460 Megawatt. Auch das Dienstleistungsgeschäft mit Dritten wird profitieren. Die Stärke von E.ON liegt hier im Windgeschäft, von Betrieb und Wartung bis hin zu Anlagenmanagement und Energiedienstleistungen. Durch Belectric bietet Energy Betriebs- und Wartungsdienste im Solarmarkt an. Nicht nur das, Belectric ist bereits erfolgreich im Batteriegeschäft. Das ist im Zusammenspiel mit neuen Solar- bzw. Windanlagen zunehmend ein Wettbewerbsvorteil. Größe ist im Bereich der erneuerbaren Energien ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Werden die Zahlen aufaddiert, nimmt RWE mit ihrem neuen erneuerbaren Portfolio sowohl in puncto Wind als auch Solar weltweit einen Platz unter den Top 5 ein. Die installierte Leistung beträgt dann mehr als 8 Gigawatt. Nach Abschluss der Transaktion werden die Erneuerbaren den größten Beitrag zum Ergebnis beisteuern. Insgesamt werden sie etwa 60% zum EBITDA. Das ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beitragen. Und natürlich ändert sich auch der zukünftige Energiemix von RWE mit starken erneuerbaren Energien und einem flexiblen, konventionellen Kraftwerkspark. Aktivitäten im Bereich der Schlüsseltechnologien, Power-to-Gas, Power-to-Liquid oder Großbatterien sorgen für die Anschlussfähigkeit an die Zukunft. Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender von RWE unterstreicht, erneuerbare Energien und konventionelle Stromerzeugung, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir werden beides unter einem Dach haben. Energiewende mit Versorgungssicherheit. Das ist künftig RWE. Oder anders ausgedrückt, Zukunft sicher machen.